Das läuft hier nicht. So geht Evolution. Ich bin aber Fanboy. Hallo? Ich bin ein Gott. Perfekt dämlich. Ist das hier nicht säkularisiert? Komm, Fiffi, lass dir doch Hände wachsen. Ui, ui, ui. Geh nicht ins Licht. Evolution tot. Das muss ich mal loben. Hör auf da zu zuppeln. Ja, 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 ja. Vielleicht ist das, warum, das ging doch, achso, hier mit dem Abstoßen ging das. Okay, wir müssen nur das erste Ding erwischen. Warte, muss ich jetzt mal eben ausloten. Wir stoßen uns hier mit dem Pümpel ab. Und, und, und sind dann aber zu weit. Und knapp dran vorbei. Und dann kommt man gerade noch ins Licht. Oh, das wird eine knappe Nummer. Das muss ganz filigran jetzt austariert werden. Das ist jetzt richtig wie incredible, incredible, incredible machine. One and two. On Windows System. Ich glaube, auf Windows 3.11 war das noch. Wanderzeiten. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Falsche Taste. Ne, äh, vergiss es. Nein, wieder falsche Taste. Nein, ich muss direkt nach rechts drücken. So, und dann muss das Beinchen wieder hoch. Dann hauen wir uns da den Schädel ein und haben verkackt. Äh. Naja, sah aber elegant aus. In der B-Note, super. Vielleicht, vielleicht... Nee, zieh, zieh. Wofür hast du denn da Muskeln? Ah. Ab in die Mülltonne der Evolution. Galant dran vorbeigesprungen. Das wollte ich nicht. Ah, das hätte man nicht direkt Riechstart machen können. Oder geht das? Habe ich da einen Knopf übersehen? Vielleicht. Nein, nein, ich halte daran fest jetzt hier. Na komm, hier. So, so. Hör auf zu hobeln. Dann machen wir mit ganz... Ein ganz dezenter Sprung. Und dann müssen wir hier rüber. Und ja, mit Feingefühl. Leute, merkt euch das. Mit Feingefühl durch die Welt. Das bringt einem hier noch wirklich was bei. Okay, jetzt prügeln wir uns hier weiter durch. Also, was man hier so prügeln nennt. Ah, was ist das denn für ein Hütchen? Okay, oh Mann, ich muss jetzt mal wieder reinfinden. Es ist jetzt sehr viel Zeit vergangen. Für euch nur fünf Minuten vielleicht. Ja, wie jetzt? Ja, wie? Also, okay, machen wir mal einen Pudel. So. Und jetzt. Wunderbar. Macht da gar nichts. Gut. Ja, ja. Verstanden. Da ein Muskel dran. Und da. Und dann. Ja. Ja, ja. Guck, sehen wir schon aus wie ein echter Mensch. Genauso dämlich. Äh. Ja, ist gut. Funktioniert nicht. Machen wir da noch einen dran. Einfach mal. Damit wir so ein... Naja. Ja, jetzt sehen wir... Jetzt... Ja, wir werden immer menschenähnlicher, ne? Aber mal intuitiv gespielt und es war direkt richtig. Einfach mal so kurze Beinchen machen, ne? Wie schlau ich bin. Wie schlau ich bin nicht. Echt, ich, ey. Langsam bin ich richtig von mir selbst überzeugt. Hä, ja. Äh, ja. Continue, komm. Nicht lang. Quatsch. Stitch Reduce. Geil. So. Okay. Was jetzt hier? Jetzt müssen wir da hoch, da runter, da hip und... Das sieht gar nicht so schwer aus. Aber ich denke... Das wird mich am Ende noch überraschen. Dass das Auge mal so schmerzverzehrt dann noch... Das war... Ne, wie mach ich den... Was sind... Seitwannsinn. Was sind... AS, was, wie, was? Wie ASKL. Spielen wir jetzt hier Lotto oder wat? Wat, wat, wat? Dat is neu. Irgendwas haben sie hier geändert. So, einfach mal total... Ja, komm. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, oh, scheiße. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Genau die Musik wollte ich dabei hören. Ah, aber guck mal, wir laufen schon fast. Sieht aus wie ein Mensch. Mach ein Auge dran. Lass es sich bewegen wie... Wie ein bescheuerter... Weiß ich nicht. Was ist denn Mensch? Ich glaub, das ist... Also, wenn es einen Gott gibt, ne? Was, also... ...der so bekloppt ist, hat hier so... Dann hat er so viel Humor. Der hätte uns da nur gemacht, damit er was zu lachen hat. Einen anderen Grund kann es doch gar nicht geben. Das ist doch alles aus Schlechtigkeit entstanden hier. Evolution und so. Ja. Ich bin jetzt doch ein paar Jahre alt. Weiß ich... ...